Popstar Madonna hat das Jahr 2018 gemeinsam mit ihrer Tochter Lourdes Leon begrüßt. Die 59-jährige Sängerin veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich und ihrer ältesten Tochter, auf dem sie hinter der 21-Jährigen steht und die Hände liebevoll um ihr Gesicht gelegt hat. Lourdes greift mit ihren Händen nach hinten, um ihre Mutter zu umarmen und strahlt in die Kamera. An sich nichts Ungewöhnliches, doch ein Detail wird in der Kommentarspalte heiß diskutiert, die behaarten Achselhöhlen von Lourdes Leon. Die 21-Jährige hat offenbar schon länger nicht mehr zum Rasierer gegriffen. Sie zählt zu den Promis, die offen zur Achselbehaarung stehen, ebenso wie Paris Jackson, 19, die Tochter von Michael Jackson 1958 bis 2009. Neben dem Foto gibt es einige Kommentare, die die nicht rasierten Achseln der 21-Jährigen als abstoßend empfinden. Ein Fan meint wiederum, dass es traurig sei, dass haarige Achselhöhlen überhaupt zur Diskussion stehen würden und als widerlich betrachtet werden. Immerhin seien die beiden ein wunderschönes Mutter-Tochter-Duo. Mama Madonna wird 2018 übrigens 60 Jahre alt. Auch für andere Promis wird das neue Jahr ein ganz besonderes. Kein Wunder, dass der Jahreswechsel entsprechend zelebriert wurde, wie wir im Video zeigen. Spot on News